Ich freue mich auch über ein Thema eingeladen worden zu sein, das mich schon länger beschäftigt und zu dem ich auch jetzt in dem zuletzt erwähnten Buch noch ein Kapitel verfasst habe, Kafka und der Zionismus. Und ja, natürlich werde ich dann auch auf das kommen, was in diesem Buch ein Stück weit dann Thema ist. Ich will aber allgemeiner ansetzen. Um sich diesem Problem und dieser Frage zu nähern, braucht man, glaube ich, einige, man kann sagen, Metareflexionen. Wie kann man überhaupt dieses Thema ansprechen? Das wurde ja schon von vielen diskutiert und zwar schon von den Zeitgenossen. Und ich denke, es ist interessant, vielleicht da einen kurzen Blick zu werfen, wie Kafkas unmittelbare Zeitgenossen sich mit dieser Frage beschäftigt haben, wie sie Kafka und den Zionismus eingeschätzt haben, sein Verhältnis zum Zionismus. Und ja, ich finde es ein schönes Beispiel, mit dem ich starten möchte, nämlich das Gedenkblatt für Franz Kafka, das erschienen ist zu seinem Tod am 6. Juni 1924 in der Selbstwehr. Zusammengestellt wurde das Blatt von Felix Welch, den Sie natürlich als einer von Kafkas engsten Freunden kennen, der zugleich Herausgeber der Selbstwehr war, die ja auch bekannt ist als die zionistische Wochenschrift Prag seit 1907. Ich werde noch ein bisschen genauer auf diese Zeitschrift später eingehen. Aber ich möchte einfach nur mal kurz schauen, wie Kafka hier porträtiert wird, wie er gesehen wird. Und ja, Felix Welch sagt hier, und zwar nicht nur einmal, dass Kafka, so wie er es formuliert, ich zitiere, ein Jude von tiefster Verbundenheit mit dem Judentum war ein glühender Zionist. Und er setzt nach, Franz Kafka ist einer der anerkanntesten Beherrscher der deutschen Sprache, Die Seele aber, die in dieser Sprache schrieb, ist jüdisch durch und durch. Seine Not ist eine jüdische ebenfalls, seine Problematik und seine Konsequenz. Aber es so Kafka bewusst immer fester zum Judentum hin. Er war seit Jahren Zionist, voll von Interesse für alles, was Palästina und den Aufbau des Landes betraf. Er lernte seit Jahren Hebräisch. Viele Monate war dies eine ausschließliche Beschäftigung. Und er dachte in den letzten Jahren immer konkreter an seiner Übersiedlung nach Palästina. Ich finde es ein erstaunliches Zeugnis. Also wenn man jetzt gerade an diesem Moment, dem von Kafkas Tod, eine solche Sichtweise auf Kafka bekommt, muss man schon aufhorchen. Und ja, Felix Welch fand ich der Einzige, der diese Sicht auf Kafka hatte, auf Kafkas Beziehung zum Zionismus. Sein Freund, Kafkas Freund Felix Welch, gemeinsamer Freund Max Broth, hat dies allerdings über 20 Jahre später fast gleich formuliert. In seinem Essay Verzweiflung und Erlösung im Werk von Kafkas 1948 schreibt auch er, getrieben von geheimen Kräften seiner Seele, wurde Kafka Zionist. Er lernte sehr fleißig Hebräisch. Aus seinem Tagebuch Notizen geht deutlich hervor, wie er bemüht war, die Lücken seiner jüdischen Bildung durch eifrige Studien aufzufüllen. Er liest Werke jüdischer Geschichte, moderne jüdische Literatur von Pines. Noch in seinem letzten Lebensjahr hörte er an der Berliner Hochschule des Jugendtums Vorlesungen über den Talmud. Er sprach mit mir sehr oft darüber, dass er nach Eretz Israel auswandelt und dort als einfacher Handwerker leben wollte. Also auch da kriegen wir dieses Bild von Kafka als Zionist, glühender Zionist bei Felix Welch und auch Begründung, Hebräisch lernen, Auswanderungspläne, Studium von jüdischen Themen, jüdischer Bildung und so weiter. Interessant ist, wenn wir jetzt den Blick etwas verschieben, nämlich von Kafkas Leben, ich habe das hier nicht zufällig unterstrichen, Kafkas Biografie, Kafkas Leben, wie wird das gesehen? Nämlich, wenn wir den Blick wenden auf Kafkas Texte, da wird die Sache natürlich sehr viel komplizierter. Kafkas literarische Texte geben dieses Bild in keiner Weise wieder. Man kann natürlich behaupten eben, wie es Brot und Welch getan haben in Kafkas Tagebüchen und Briefen, also in seinen autobiografischen Schrichten, ist die Beschäftigung mit dem Zionismus zweifellos auch erkennbar. Aber in seinem Werk sieht es sehr anders aus. Und es ist bemerkenswert, dass Max Brot hier schon sehr früh differenzierte, wie ich meine, auf ziemlich beeindruckende Weise. Und zwar zuerst in einem Aufsatz, den er schon zu Kafkas Lebzeiten publiziert hat. Im Oktober 1916, Martin Bubers Zeitschrift der Jude, verfasste er einen Aufsatz unserer Literaten und die Gemeinschaft, wo er deutlich macht, ja, nicht nur, dass Kafkas in seinen literarischen Texten über das Judentum eigentlich gar nie schreibt, sondern wenn das der Fall ist, was heisst denn das, wie er in seinen literarischen Texten über das Judentum oder eben auch über Zionismus schreibt. So heisst es in diesem Aufsatz über Kafka, eine Sonderstellung scheint mir Franz Kafka einzunehmen. Und man muss sagen, eine Sonderstellung unter den jüdischen Schriftstellern deutscher Sprache. Auch sein Hauptthema, ja, sein einziges Thema ist der isolierte Mensch. Es zeigt dieser Dichter wieder starkes Gefühl für die Gemeinschaft, aber es ist ein Gefühl mit negativen Vorzeichen. Es ist Reue, Selbstverurteilung, dunkles Schuldbewusstsein. Und dann kommen Beispiele, das Urteil vor dem Gesetz in der Strafkolonie. Der Prozess sind starke Symbole des ruhigen Ausgeschlossenheitsbewusstseins, das die Seele des modernen Juden durchtobt. Die hat er geschaffen. Und dann kommt der Zusatz, obwohl in seinen Werken niemals das Wort Jude vorkommt, gehören sie zu den jüdischesten Dokumenten unserer Zeit. Also man kann natürlich sagen, das ist eine sehr steile Behauptung, aber eben verknüpft mit der These, dass dieses Jüdische in Kafkas literarischen Texte vom Urteil bis zum Prozess, Strafkolonie etc., dass das auf eine Weise, man könnte sagen, dargebracht wird, dass es wie Ex-Negativo erscheint, nämlich als das Ausgeschlossenheitsbewusstsein, also das heißt nicht zur Gemeinschaft zu gehören, eine negative Vorstellung von Gemeinschaft, anders gesagt. Genau diese ähnliche Vorstellung hat Max Broth nochmals in dem Essay Juden in der deutschen Literatur über Kafka bestätigt. Und es ist interessant, dass genau diese Passage nochmals abgedruckt ist auf eben dem schon gezeigten Gedenkblatt zu Kafkas Todestag von Felix Welsch. Dort heißt es, noch tiefer hinab muss der Mensch sinken, wohlan, so verwandle dich in ein nutzloses Ding, das weder belebt ist noch unbelebt, in eine Zwirnspule, die als Sorge des himmlischen Hausvaters ruhelos treppauf treppab wandelt. Wie heisst du denn, Odradec, und wo wohnst du? Unbestimmter Wohnsitz. Da versteht man, so deutet Kafka, Max Broth, Kafkas Sorge des Hausvaters, ich komme darauf noch im Detail, da versteht man so Broth, dass Kafka neben allgemeiner Menschentragik, insbesondere das Leid seines unglücklichen Volkes, des heimatlosen, gespenstischen Judentums, der Masse ohne Gestalt, ohne Körper beschreibt, wie kein anderer sonst. Schreibt, ohne dass das Wort Jude in einem seiner Bücher vorkommt. Ich glaube, das ist ein ziemlich interessanter und ich würde sogar sagen wichtiger Befund, den Brot hier liefert. Und ich finde, er steht in einem gewissen Gegensatz zu der fast schon naiven Vorstellung eben des Zionisten Kafka in Bezug auf seine Biografie. Das heißt, wenn wir in Bezug auf Kafkas Texte vom Zionismus reden, vielleicht vom Judentum allgemein oder eben spezifisch vom Zionismus, dann muss man, wie Broth es eben hier sehr gut bemerkt, mit dem Fakt auskommen, dass es keine explizite Bezüge zum Judentum gibt, eben ganz anders als viele jüdische Autoren, auch deutsch-jüdische Autoren, zum Beispiel Max Broth in seiner Zeit, die sehr explizit über das Judentum gesprochen haben und auch im Sinne des Zionismus. Das hat aber eben Kafka nicht getan, wie Broth hervorhebt, sondern wenn dann gewissermaßen unter einem negativen Vorzeichen, nämlich so, dass das Judentum erstens nicht vorkommt, dass es gewissermaßen ein abwesendes oder negatives Judentum ist und so, dass es eben gerade nicht von Gemeinschaft, man könnte sagen, im Sinne des Zionismus spricht, sondern von der fehlenden Zugehörigkeit zur Gemeinschaft, vom Ausgeschlossensein, von der Heimatlosigkeit, vom Gespenstischen, von der Masse ohne Gestalt und so weiter. Wir werden diesen Spuren nachgehen, aber ich glaube, wir haben jetzt schon mal eine wichtige Unterscheidung getroffen und ich möchte jetzt auf beiden Ebenen noch präziser werden. Das heißt, auf der einen Seite noch ein bisschen genauer hinschauen, was lässt sich überhaupt zu der Frage sagen, wie sich Kafka mit dem Zionismus auseinandergesetzt hat. Da möchte ich ja nicht so lang bleiben, weil da kann man natürlich sehr viel sagen dazu und vieles ist schon gesagt worden. Ich möchte stattdessen dann nachher noch etwas ausführlicher die Spur verfolgen, die Brot gewissermaßen gelegt hat mit seinem Blick auf die Sorge des Hausvaters und im gewissen Sinne bestätigen die These von Brot, aber im Detail. Man kann sagen, nicht jetzt als Ahnung, als generelle Vorstellung, sondern im Detail bestätigen, das heißt mit Bezug auf Quellen. Aber schauen wir zunächst eben auf einige so Fakten. Was kann man eigentlich sagen über Kafkas, ich sage es mal, Beschäftigung mit dem Zionismus? Und ja, vielleicht eine wichtige Vorbemerkung dazu ist, es geht mir nie darum, zu zeigen oder zu behaupten, dass Kafka Zionist war. So wie es etwa Felix Welsch formulierte, Kafka war ein glühender Zionist, was natürlich eine völlig übertriebene Formulierung ist, sondern worum es mir viel mehr geht, ist zu zeigen, wie präsent der Zionismus im Kafkas Umfeld und Zeit war, aber auch, wie intensiv sich Kafka tatsächlich mit dem Zionismus auseinandergesetzt hat. Und ich würde jetzt sagen, mit dem Zusatz, ohne dass er gezwungenermaßen selber sich als Zionist verstand oder sich zum Zionismus bekannte oder ein Zionist war, irgend so was. Es geht also nicht um Identifikation mit dem Zionismus oder um ein Bekenntnis zum Zionismus, das wäre aus meiner Sicht ein völlig falscher Ansatz, aber es geht doch um Beschäftigung mit, um die Auseinandersetzung mit. Und man könnte sagen, dieser Zionismus war zu Kafkas Zeit im Grunde eigentlich omnipräsent. Man konnte eigentlich gar nicht ohne die Wahrnehmung von Zionismus sich durch die Welt bewegen, so wie Kafka das tat, nämlich auch lesend, dazu komme ich noch. Man könnte das vielleicht auf den Satz bringen, dass der Zionismus diskursiv omnipräsent war, schon um 1900 und erst recht in den folgenden Jahrzehnten. Das heißt, im Grunde fast die gesamte Lebenszeit Kafkas ist der Zionismus ein ganz zentrales Thema geworden und immer auffälliger, immer weiter diskutiert. Und eben nochmals, man kann durchaus zeigen, dass Kafka sich in seinen eben vor allem autobiografischen Texten, Tagebüchen und Briefen auch dann ganz explizit mit dem Zionismus beschäftigt und ab ungefähr 1910 immer deutliche Spuren erkennbar werden von dieser Beschäftigung. Nur ganz kurz, worum handelt es sich? Also was sind das eigentlich für, ich sage mal, sichtbare Aspekte des Zionismus oder für Kafka sichtbare Aspekte? Zum Beispiel, ich werde das gleich noch ein bisschen genauer machen, hier nur zuerst eine Art Übersicht, Vereinigungen und Institutionen, wie zum Beispiel Studentenverbindungen. Das heißt, die Präsenz des Zionismus an der Prager Deutschen Universität war sehr groß. Zum Beispiel war Kochbar, kommt darauf noch. Das Zweite wären Lektüren, Texte, Publizistik, Broschüren, Bücher, Alles, was lesbar ist. Auch da wird der Zionismus, man könnte fast sagen, zu einer Art Medienereignis, das auf sehr vielen Kanälen präsent wurde, eigene Zeitschriften, Broschüren, Bücher, die von Kafka zum größeren Teil sehr intensiv wahrgenommen wurden. Da werde ich auch noch detaillierter. Aber auch Vorträge, also man muss sich vorstellen, der Zionismus ist eine Art Medienereignis auf unterschiedlichen Kanälen, eben schriftliches, Institutionen, aber eben auch mündlich, Vorträge. Zionistische Protagonisten reisen durch die Städte, auch nach Prag kommen sie, unter anderem Martin Buber, dessen drei Reden zum Jugendtum eine wichtige Rolle gespielt haben für die Prager deutsch-jüdischen Intellektuellen. Dann natürlich auch, man könnte sagen, nicht nur das Rezeptive, sondern auch das Produktive sich auseinandersetzen. Brot und Welsch erwähnen beide das Hebräisch-Lernen. Darüber kann man auch kurz sprechen, Kafkas Lernen der hebräischen Sprache. Man könnte ja auch darüber diskutieren, wie Kafka die Zionisten-Kongresse wahrgenommen hat, ob er sie wahrgenommen hat, wie er sie wahrgenommen hat. Und es gibt immerhin einen Kongress, von dem man weiß, dass Kafka ihn besucht hat. Das ist der Wiener Kongress von 1913, über den er auch im Tagebuch kurz schreibt. Er ist dort mit Lise Welsch, der Frau von Felix Welsch, und schreibt im Tagebuch Zionistischer Kongress der Arbeiter Delegierte aus Palästina, ewiges Geschrei, Tochter Herzls, ergebnislose deutsche Reden, viel Hebräisch, Lise wirft Papierkügelchen in den Saal, trostlos. Man muss sich sofort sagen, das ist jetzt kein glühender Zionist, der hier spricht, sondern einer, der eher, ich würde sagen, mit Argus-Augen beobachtet. Aber das ist vielleicht sehr charakteristisch für Kafka, dass er eigentlich keiner, man könnte sagen, politisch oder auch wissenschaftlich ideologischen Bewegungen sich leicht anschließen konnte. Er hatte gegenüber fast allen Ismen Vorbehalte, ich sage es mal so, auch gegenüber dem Zionismus, was aber eben nicht heißt, dass er sich nicht mit ihm beschäftigt hätte. Also man kann, man könnte jetzt aus diesem kurzen Zitat, kann man reicht, ja so schliessen, was Kafka wahrgenommen hat. Er hat die Vorträge gehört, Diskussionen, zum Beispiel über das jüdische Gymnasium in Jaffa, über die Kolonialbank, die Proteste gegen Ritualmord Beschuldigungen, aber auch eben die Dispute unter den Zionisten, also ewiges Geschrei. Tatsächlich waren die Zionisten durchaus nicht eine Gruppierung, die homogen war, sondern eine sehr heterogene Gruppierung mit ganz unterschiedlichen Ansätzen und ja schließlich eben die Präsenz von Herzens Tochter Margarete Trude Neumann und all das. Also man könnte hier das alles noch genauer ausschlüssen, aber es ist interessant, eben Kafka nimmt das wahr. Das war jetzt nur so eine kleine Fokussierung auf dieses Beispiel Zionisten Kongress, auf das ich jetzt nicht weiter eingehen möchte, weil es auch bei Kafka nicht weiter eine große Rolle gespielt hat. Und schließlich die Auswanderungspläne, von denen auch Felix Welch und Max Broth beide geschrieben haben, wobei sie sich interessanterweise vor allem auf die letzten Jahre Kafkas bezogen haben, auf die Zeit 23, 24. Ich möchte aber ein Beispiel geben, das noch interessant ist, das deutlich früher liegt, nämlich den ersten Brief überhaupt, den Franz Kafka an Felice Bauer schrieb, die damals natürlich noch nicht seine Verlobte war, wie dieses Bild hier, das das Verlobungsfoto ist von 1917 in Budapest, sondern der erste Brief, in dem er sich selber vorstellt und was deutlich wird, dass die beiden, als sie sich kennengelernt haben, in der Wohnung von Max Brod in Prag, dass beide und vor allem sie Zionistin war und dass sie sich dort über den Zionismus unterhalten haben und nicht nur das. Ich lese die Stelle, sehr geehrtes Fröhlein, für den leicht möglichen Fall, dass sie sich meiner auch im geringsten nicht mehr erinnern können, stelle ich mich noch einmal vor, ich heiße Franz Kafka und bin der Mensch, der sie zum ersten Mal am Abend beim Herrn Direktor Brod in Prag begrüßte, schließlich in diese Hand, mit der er jetzt die Tassen schlägt, ihre Hand hielt, mit der sie das Versprechen bekräftigen, im nächsten Jahr eine Palästinerreise mit ihm machen zu wollen. Und es ist interessant, wie stark Kafka jetzt hier insistiert auf diese Palästinerreise, wenn sie nun diese Reise noch immer machen wollen, sie sagten damals, sie wären nicht wankelmütig und ich bemerkte auch an ihnen nichts dergleichen, dann wird es nicht nur gut, sondern unbedingt notwendig sein, dass wir schon von jetzt ab über diese Reise uns zu verständigen suchen, denn wir werden unsere gar für eine Palästinereise viel zu kleine Urlaubszeit bis auf den Grund ausnützen müssen und das werden wir nur können, wenn wir uns so gut als möglich vorbereitet haben und über alle Vorbereitungen einig sind. Also das heißt, es scheint gewissermaßen das erste Anliegen, dass Kafka da aufgreift in einem ersten Gespräch zwischen den beiden. Wir wissen natürlich, Felice Bauer war tatsächlich sehr aktiv in der zionistischen Bewegung in Berlin und das Gespräch muss eben ziemlich schnell auf das gekommen sein, und um dann dieser Plan, eine Palästina-Reise, der Plan wird von Kafka so intensiv aufgegriffen, gut, man könnte sagen, vielleicht ist es natürlich ein Weg, um verliebtes Interesse zu gewinnen und aufrecht zu halten, weil Kafka gemerkt hat, wie wichtig ihr der Zionismus ist und eine Reise nach Palästina ist gewissermaßen eine zionistische Initiation, so was könnte man sagen, also mit dem Land wirklich sich zu konfrontieren, also ernst zu machen, auch mit dem Zionismus und das nicht nur als eine Idee zu verstehen, Kafka greift es auf. Aber ja, ich würde trotzdem sagen, ganz so stark wie dann eben Felix Welch und Max Broth, das im Nachhinein sehen, so entschieden ist, Kafka natürlich trotzdem nicht gewesen, vor allem nicht in dem Moment, wo er zwar davon gesprochen hat, als er schwer krank in Berlin war und dort mehrfach von der Auswandlung nach Palästina gesprochen hat und auch im Vorfeld seiner Fahrt nach Berlin, das wäre auch gesundheitlich überhaupt nicht mehr möglich gewesen für Kafka, er konnte knapp noch nach Berlin gehen und ja, aber trotzdem war es quasi für ihn dort als Idee immer noch präsent. Ich will das aber jetzt auch nicht zu hoch werten, sondern nur zeigen, dass es dieses Spiel bei Kafka gibt mit dem Zionismus, mit Grundelementen des Zionismus, bis hin eben zu diesen praktischen Seiten, wie Hebräisch Lernen Auswanderungspläne, also nicht nur die intellektuelle Beschäftigung, sondern auch die praktische Seite. Vielleicht noch ein klein bisschen genauer auf diese Institutionen, Vereine, bevor wir dann zum literarischen Beispiel kommen. Ich habe ja gesagt, es gibt eine Reihe von zionistischen Einrichtungen um Kafka herum und ganz sicher ist da ja, diese Einrichtung besonders herausragend, die um Kafka im Bereich des Studiums vorzufinden waren. Also die Studentenverbände und tatsächlich gab es schon seit 1893 ja nationaljüdische Studentenverbände Makabea, aus dem heraus dann auch der Verein jüdischer Hochschüler Bar Kochka 1899 hervorgegangen ist. Und das ist der Verein, den Kafka dann auch wirklich kennengelernt hat. Allerdings war er zur Zeit seines Studiums nicht direkt mit diesem Verein verbunden, von dem man wirklich sagen kann, das war eine zionistische Studentenvereinigung, sondern er war viel enger verbunden mit der Lese- und Redehalle der deutschen Studenten in Prag, wo viele jüdische Studenten sich engagiert haben. Ich sage jetzt mal meistens nicht zionistische, aber ja, man kann fragen, wie viele Zionisten gab es denn zu der Zeit, also um 1900 schon in Prag. Es war sicher, man muss sich das so vorstellen, eine kleine Gruppe und als der Verein jüdischer Hochschüler Bar Kochka gegründet wurde, war das eine kleine Gruppe, aber interessanterweise schon damals von Mitgliedern getragen, die in nächster Nähe von Kafka waren, wie zum Beispiel Kafkas Schulfreund, den er auch im Studium noch kannte, mit ihm in Kontakt war und befreundet war, nämlich Hugo Bergmann, der ab 1903 diesen Verein jüdischer Hochschüler Bar Kochka geleitet hat, aber auch andere Protagonisten sind dort zu finden, die später auch mit Kafka im Kontakt waren, wie zum Beispiel Hans Hohn, der Kafka rezensierte, mehrfach, oder Friedrich Thieberger, der Kafka Sebräischlehrer wurde, vorübergehend. Also man kann sagen, die Berührung mit dem Bar Kochka war durchaus bei Kafka erkennbar und ja, vielleicht das Interessante ist, das Programm, das in mehreren Schriften schon früh formuliert wurde, zum Beispiel 1904 in einer Schrift, die hieß die Judenfrage und ihre Lösungsversuche zur Aufklärung der Studentenschaft, die sehen herausgegeben vom Verein jüdischer Hochschüler Bar Kochka in Prag und da wird ja die Antwort, also die Lösung der Judenfrage natürlich ganz und gar im Sinne von Theodor Herzl beantwortet oder gelöst. Die Judenfrage ist ja auch der Untertitel von Theodor Herzls Der Judenstaat, da geht es ja auch letztlich um genau das, um eine Antwort auf die sogenannte Judenfrage und die Antwort ist hier ganz klar, es ist im Sinne des Zionismus zu finden, die Antwort, also hier heißt es etwa, es ist ein in der Geschichte beispiellos dastehendes Ereignis, dass ein Volk, welches einem festen Willen zum Leben, zum nationalen Leben und ein gefestetes Zusammengehörigkeitsgefühl besaß, über einen ganzen Weltteil zerstreut wurde. Die Folge dieser Zerstreuung war, dass sich das Leben des jüdischen Volkes seit dem Jahr 70 der Vernichtung seiner politischen Selbstständigkeit in einer ganz abnormalen Weise entwickelte und jenen Komplex von Fragen schuf, den man die Judenfrage nennt. Und die Antwort eben auf der Verlust dieses Zusammengehörigkeitsgefühl ist eigentlich genau das, was Felix Welch dann als jüdisches Desorientiertheitsgefühl beschrieben hat. Sie sehen hier, wie die Begriffe ineinander greifen, Zusammengehörigkeits, Desorientiertheitsgefühl. Wir müssen uns diesen Begriff merken, weil ich komme noch mal darauf zu sprechen. Also der Zionismus ist quasi die Wiederverknüpfung der auseinandergebrochenen Juden, die kein Zusammengehörigkeitsgefühl, kein Gemeinschaftsgefühl mehr kennen, sondern die eben zerstreut, verteilt etc. sind. Also Stichwort Diaspora, die einsetzt mit der Zerstörung des Zweiten Tempels im Jahre 70. Und natürlich ist hier auch der Name Bakochba verankert, weil das ja der letzte Widerständige war gegen das römische Reich in derzeit, die jüdische Widerstandsbewegung. Ja, dieser Verein war für Kafka nicht nur deshalb besonders sichtbar, weil er Protagonisten kannte, sondern auch, weil er zur Veranstaltung ging, die von diesem Verein jüdischer Hochschüler organisiert wurden. Viele Vorträge, zum Beispiel Martin Buber, Nathan Bärenbaum, Felix Teilhaber, Adolf Böhm, Bertolt Feiler, Maurice Rosenfeld, David Stritsch, kamen alle auf Einladung dieses Vereins Bar Kochbar nach Prag und Kafka hat wie dann auch Max Broth manche dieser Vorträge auch besucht. Dieser Verein Bar Kochbar war durchaus aktiv, also Sie sehen, mitten im Zeit von Kafkas Studium, hier 1903, erscheint eine erste Festschrift Neue Wege, da will ich nur deshalb kurz darauf eingehen, ohne jetzt diese Zitate in der Länge zu lesen, weil ein Text ist dort an den Anfang gesetzt, der sich speziell mit den Juden Prags beschäftigt, und zwar von keinem anderen als Theodor Herzl unter dem Pseudonym Benjamin Seif, die Juden Prags zwischen den Nationen, ich werde das jetzt hier nicht zitieren, aber einfach darauf hinweisen, dass die Prager jungen Zionisten, die Studierenden 1903, diesen Text nochmal speziell ins Rampenlicht geholt haben, weil er eben deutlich macht, in welcher Lage nicht nur die Juden überhaupt in Europa sind, sondern speziell die Juden in Prag, nämlich eben, sie stehen zwischen den Nationen. Der Artikel ist zuerst 1897 in der Welt erschienen, in der Zionistischen Zeitschrift der Welt und dann eben 1903 nochmals in dieser Festschrift des Bakochba und ja, was Herzl dort eben hervorhebt, ist die, wie er sagt, gänzlich schiefe Haltung der böhmischen Juden, indem sie nämlich zwischen den Konfliktparteien der Deutschen und der Tschechen quasi wie eingepfercht sind und von beiden beschuldigt werden, von den Deutschen, dass sie nicht deutsch genug sind, von den Tschechen, dass sie nicht tschechisch genug sind und die Lösung, die die Herzl hier vorschlägt, wie gesagt, ohne es vorzulesen, ist vielleicht nur dieser eine Satz, ja, was wäre dann das einzig richtige, die Juden mussten sich einfach auf ihre jüdische Nationalität berufen und man hätte sie auf beiden Seiten anders behandelt. Also, ja, das Rezept gegen den deutschen Nationalismus und den tschechischen Nationalismus ist nach Herzl quasi ein eigener jüdischer Nationalismus und man könnte durchaus sagen, dass der Bakocha genau diesem Programm folgt und sagt, wir müssen uns jetzt weder deutsch assimilieren noch tschechisch assimilieren, sondern wir müssen jüdische nationale jüdische nationale Gefühle, Strukturen, Programme entwickeln. Das war das Programm des Bakochba, das dann auch in einem sehr bekannten Band oder viel bekannteren Band, als jetzt die Neue Wege zehn Jahre später, dann nochmals, also zum 20-jährigen Bestehen des Hochschulvereins herausgegeben wurde, nämlich das Sammelbuch vom Judentum Anlässlich dieses Sammelbuchs wurde auch ein Foto geschossen, Sie sehen hier, das ist nur ein Ausschnitt aus dem Foto, von denen, die man jetzt hier kennen könnte, ist vor allem Robert Welch zu sehen, ein fernerer Verwandter von Felix Welch, nicht näher, Hugo Bergmann ist hier nicht zu sehen, aber das ist einfach die Situation 1913, das sind diejenigen, die da aktiv waren und natürlich auch von Kafka zu der Zeit eben deshalb wahrgenommen, weil das ist die Zeit, in der er schon auch eben Vorlesungen, Vorträge etc. hörte. Der Bar Kochba war nicht der einzige Verein, Studentenverein, nur ganz kurz, man muss zumindest noch eine zweite nationaljüdische Verbindung an der Prager Deutschen Uni nennen und das ist die Barissa, also eine jüdische akademische Verbindung, die ja verbunden war mit der Bar Kochba, in dem nicht wenige Barissa-Mitglieder auch Bar Kochba-Mitglieder waren und ja, diese Überschneidungen waren durchaus üblich, die Barissa selber fusionierte mit einer nochmals weiteren jüdischen, nationaljüdischen Studentenverbindung, nämlich mit der Jordania, die 1910 gegründet wurde und 1914 mit der Barissa fusionierte und es gab noch eine Vielzahl von weiteren, man könnte sagen, zionistischen Vereinen, die man zumindest nennen könnte, die jüdische Teunbi-Halle, der jüdische Volksverein Zion, die freie zionistische Vereinigung, der Club jüdischer Frauen und Mädchen, der jüdische Wanderbund Blau-Weiß, die jüdische Turnverein Makabi und so weiter, das gab es in Prag, alles, also Sie sehen, es gibt plötzlich ganz viele Vereine und Institutionen, viele eben an der Universität, aber dann auch in die städtische Öffentlichkeit hinausgreifend, die Kafka und seinen Freunden durchaus eben sehr bekannt war, vielleicht eben nur noch kurz, in der Barissa waren auch Hugo Bergmann, Max Brod und Felix Welch aktiv, Kafka selber nicht, also da gibt es keine direkten Spuren, aber ich will es einfach nur erwähnt haben, der Bar Kochbar ist nicht der Einzige, sondern man sieht einfach, wie diese zionistischen oder man kann sagen national-jüdisch zionistischen Gruppierungen sich wie ausbreiten und eine Vielzahl von Organisationen entstehen. Aber natürlich sind das eben auch Lektüren, über die wir sprechen müssen und das will ich so schnell wie möglich machen, aber einfach klar machen, Kafka hat sich ausführlich mit zionistischer Literatur beschäftigt, er hat sich gelesen, sowieso muss man sich vorstellen, Kafka war ein sehr intensiver, geradezu gieriger Leser, wie er vielfach geschrieben hat, wenn er seine Lektüren beschreibt und ja, unter anderem hat er sich nicht nur mit Büchern beschäftigt, wie wenn man jetzt Kafkas Bibliotheks verzeichnet, das Jürgen Born herausgegeben hat, anschaut, den Eindruck bekommt, das sind vor allem Bücher, vielleicht noch ein paar wenige Zeitschriften, das ist ein völlig falscher Eindruck. Im Kafka Nachlass gab es ein Zeitschriften Verzeichnis, das Elsa Broth und Max Broth zusammengestellt haben, Sie sehen da alles an Zeitschriften gelesen hat, das ist nur eine Seite, das Zeitschriften verzeichnet hat mehrere Seiten und da sieht man auch, dass er zum Beispiel auch der Jude besaß, aber auch die neue Rundschau, die Schaubühne und so weiter und auch andere jüdische Zeitschriften und nicht nur Zeitschriften, sondern insbesondere auch Kataloge interessierten Kafka sehr und er hat Kataloge jüdischer Verlage gesammelt und gelesen sehr intensiv wie zum Beispiel die Kataloge von der Ewa Vereinigung die Ewa Vereinigung war eine Vereinigung von zwei und dann später drei jüdischen Verlagen dem jüdischen Verlag und dem Weltverlag in Berlin um 1920 Kafka kannte Sigmund Katznelson von Prag schon aber dann auch als er in Berlin war Sigmund Kanznelson wurde Leiter des jüdischen Verlags er hat über seine Schwester Bücher bestellt über diese Ewa Buchhandlung in Berlin die Kafka bestens bekannt war auch weil er eben die Kataloge kannte und studiert hat von denen Sie hier zwei sehen es gibt eine Zeitschrift die Ewa Blätter und es gibt Kataloge dieser Ewa Buchhandlung die auf jüdische und insbesondere zionistische Literatur spezialisiert war und da kann man sehen wie intensiv Kafka das alles verfolgt hat die ganzen Neuerscheinungen auf dem Feld der jüdischen Literatur waren Kafka bekannt ich könnte jetzt sehr lange über Kataloge sprechen Kafka war ein Fetischist von Buchkatalogen sagt er das ist ein bisschen zugespitzt aber ich will noch auf die Zeitschriften kommen er hat eine ganze Reihe von überregionalen jüdischen Zeitschriften zionistischen Zeitschriften gelesen die Welt jüdische Rundschau Ost und West und eben Bubas der Jude natürlich aber insbesondere die Selbstwehr ohne diese Zeitschrift kann man jetzt hier dieses Thema nicht abhandeln weil Kafka diese Zeitschrift besonders wichtig wurde das ist diejenige die er seit 1911 abonniert hatte zu einer Zeit in der Hugo Bergmann Redakteur dieser Zeitschrift war später wurde Sigmo Katznelson Nelly Thieberger und dann eben Felix Welsch das haben wir schon am Anfang mitbekommen man kann sagen diese Zeitschrift die selbst wäre die eine zionistische Zeitschrift ist schon im Programm wurde eine intellektuelle Heimat für Kafka oder ein Orientierungsfeld er hat diese Zeitschrift einige Jahre abonniert aber auch da wo er sie nicht abonniert hatte er hatte sie stets gelesen natürlich auch weil seine Freunde da aktiv war aber er hat nicht nur als Leser eine Verbindung zu der Zeitschrift gehabt und zu den Autoren zu vielen Autoren sondern er hatte auch eigene Texte dort publiziert 1915 erschien vor dem Gesetz in der Selbstwehr und 1919 die Sorge des Hausvaters vielleicht eben nur kurz was ist das für eine Zeitschrift der Titel verweist auf ja man könnte sagen zwei Programmschriften insbesondere auf Leon Pinskers Programmschrift Auto Emanzipation also Selbst Emanzipation was als man könnte sagen die erste überhaupt Programmschrift des Zionismus ist oder gilt nach ihr hat dann Nathan Beerenbaum 1894 Entschuldigung was sage ich 1885 seine Zeitschrift Selbst Emanzipation gegründet und ja Nathan Beerenbaum gilt ja nicht nur als Schöpfer des Begriffes Zionismus überhaupt also er hat diesen Begriff geprägt sondern ist einer der ja Begründer auch des Kulturzionismus und der Form des Zionismus die insbesondere dann auch in Prag wichtig wurde wo der Zionismus mehr als eine also auch als eine geistige Bewegung verstanden wird und nicht ausschließlich als eine politische als eine man könnte sagen intellektuelle kulturelle Vorstellung von Zionismus aus der heraus dann auch die politische erst erwächst also mit dieser Vorstellung wurde dann auch diese die Zeitschrift die Selbstwehr gegründet und Sie sehen hier Selbstwehr die erste Nummer vom März 1907 wo dann auch das Programm beschrieben wird Selbstwehr ein stolzer Titel und mehr als ein Titel ein Protest ein Programm ein Protest eine Kriegserklärung gegen alles Morsche Halbe Faulende im Judentum und eine kräftige vornehme Bejahung der jungen selbstbewussten keimenden Kräfte und Bestrebungen im jüdischen Volke und so weiter also das also die die Losung heißt Selbstwehr das heißt ja ja nicht mehr Assimilation sondern Teil einer jüdischen Bewegung zu werden ja letzte Vorarbeitung dann kommen wir zur Sorge des Hausvaters ich merke ich hoffe nicht dass ich da zu lang werde das muss ich da ein bisschen abkürzen ich habe eben auch von Martin Buber gesprochen das kann ich wirklich kurz machen aber ich glaube es wurde schon deutlich Martin Buber ist nicht einfach nur der einzige Katalysator des Zionismus in Prag gewesen sondern das ist ein sehr breites Wahrnehmungsfeld aber er war natürlich ein wichtiger Faktor er kam bereits 1903 auf Einladung des Pakochpa zum ersten Mal nach Prag und dann eben 1910 11 1911 hat er ja diese berühmten drei Jedens Reden zum Judentum gehalten in Prag und ja man könnte sagen fast mehr noch als Nathan Birnbaum oder ähnlich wie Nathan Birnbaum war er Vertreter eben eines kulturellen sogenannt geistigen Zionismus also nach Ahada Am dass quasi sich auch als antibürgerliche Bewegung verstanden Nietzsche Sinn wobei der Fall Nietzsche noch eine große Diskussion ausgelöst hat wie nah kann der Zionismus Nietzsche sein oder wie fern muss er ihm sein da gab es Dispute zum Beispiel zwischen Hugo Bergmann und Max Broth für Kafka war Nietzsche in diesem Sinn durchaus eine interessante Referenz in dem eben sich quasi die Vorstellung mit Nietzsche begründen ließ dass hier eine fast schon ja anarchistische Bewegung entsteht innerhalb des Judentums die gegen die bürgerliche Vorstellung wie sie in der Assimilation vertreten war sich etablierte und für Martin Buber gab es dieses anarchistische man könnte sagen mythische Element das sind die Urkräfte im Judentum die wach werden das ist das mythische das ist sogar der Begriff Blut spielt für Buber eine Rolle wobei der vitalistisch zu denken ist und durchaus eben auch im Nietzsche Sinne das ist quasi das tote Volk wer zum Leben erweckt das ist eine massiv vitalistische Idee von Nationalität die Buber und andere eben auch kultiviert haben und die ich sage jetzt mal ex negativ wobei Kafka dann erkennbar wird ich lasse jetzt das hebräisch aus und möchte jetzt zu dem literarischen Beispiel kommen weil eigentlich genau darum geht es nämlich eben zu der Sorge des Hausvaters als die Sorge des Hausvaters im Erstdruck in der Selbstwehr erschien also in der Chanukka Nummer 1919 hat Felix Welch diese Erzählung angekündigt wobei er nicht nur die Erzählung meinte sondern auch der Band in dem die Erzählung dann 1920 erscheinen sollte nämlich Kafkas Landarzt und was er hier schreibt ist man könnte sagen eine direkte Bezugnahme auf den Ba Koch Ba der quasi das Gemeinschaftsgefühl das Zusammengehörigkeitsgefühl wie ich es zitiert habe ja geradezu beschwört und sagt das müssen wir wieder herstellen und hier erscheint das man könnte sagen ex negativo Welt schreibt hier die vielen unterirdischen Beziehungen des Buches und man könnte sagen auch dieser Erzählung die Sorge des Hausvaters zu einem spezifisch modernen jüdischen Desorientiertheitsgefühl vergleiche diese Nummer in dieser Nummer die veröffentlichte Skizze die Sorge des Hausvaters geben den in kristallreiner und unerhört melodieuser oder Poser geschriebenen Kunstwerken eine nuance seltsamer Melancholie ja ich behaupte dass dieser Begriff des Desorientiertheitsgefühls modernen jüdisches Desorientiertheitsgefühl eigentlich diese Formulierung von Max Broth ja flankiert wo er vom Ausgeschlossenheitsbewusstsein spricht dass das moderne Judentum durchtobt also man hat diese beiden ja Vorstellung von Jüdischsein in Europa das ist Desorientiertheit das ist Ausgeschlossenheit das ist nicht zur Gemeinschaft gehörend und ja mit diesen beiden Begriffen lässt sich tatsächlich nicht wenig machen wenn wir jetzt noch ein bisschen genauer auf die Sorge des Hausvaters schauen abschließend weil ich eben diese These so spannend finde von Felix Welsch und vor allem auch dann von Max Brot so die Vorstellung dass das Jüdische in Kafkas literarischen Texten eben nicht direkt sondern indirekt und nicht man könnte sagen offensichtlich oder eben überirdisch sondern unterirdisch aufscheint und man könnte auch sagen nicht positiv oder affirmativ sondern geradezu negativ als Zerrbild als Negativ Bild und das was eben sichtbar wird oder sich zeigt ist dieses Bild der Zerstreutheit der Ausgeschlossenheit der Desorientiertheit um diese Begriffe von Brot und Welsch aufzugreifen oder wie es Brot dann auch noch formulierte das Leid des unglücklichen Volkes des heimatlosen gespenstischen Judentums der Masse ohne Gestalt ohne Körper also das sind schon nicht zufällig gewählte Formulierungen die ich würde jetzt mal behaupten zusammen mit Kafkas Text verweisen auf einen Diskurs des Zionismus über das Judentum oder genauer über das diasporische Judentum über das Judentum in der Zerstreuung und das heißt eben genau das Judentum das zu überwinden ist gemäß dem Zionismus und deshalb man könnte sagen die Negativfolie des Zionismus was also ist das Judentum das der Zionismus hinter sich lassen muss das ist dieses eben man könnte kranke desorientierte gespenstische heimatlose unglückliche körperlose Judentum der Diaspora das ist zu überwinden und ja ich würde diese Arbeitshypothese wirklich aufgreifen indem ich behaupte dass in den Bildern und Begriffen und Charakteren insbesondere auch an diesem Beispiel die Sorge des Hausvaters aber man könnte noch andere Texte Kafkas hinzuziehen sich dieses negative Zerrbild der Zerstreuung aus der Perspektive des Zionismus zeigt und das lässt sich man könnte sagen präzisieren das lässt sich geradezu systematisch präzisieren denn was ist eigentlich dieses negative der Diaspora das sich hier zeigt dieses kranke an dem jüdischen Volk in der Diaspora aus der Sicht des Zionismus es lässt sich politisch ökonomisch kulturell künstlerisch physisch und psychisch fassen politisch nämlich als ein bodenloses also landloses nomadisches deterritualisiertes unterwürfiges internationales Gebilde das wäre quasi das Negativbild von Diaspora aus der zionistischen Sicht angefangen von der Landlosigkeit bis hin eben zu dem was daraus folgt nämlich ein wanderndes Volk das überall ist und überall zerstreut sich aufhält ökonomisch könnte man sagen es ist eine unproduktive Form von Ökonomie die ganz auf Handel und Geld Zirkulation aus ist also wo es keinen Nutzen gibt der aus Arbeit sich ergibt sondern wo es nur darum geht mit bestimmten Objekten Handel zu treiben und das ist natürlich man könnte sagen die Basis des Kapitalismus und in der zionistischen Literatur insbesondere in der die auch die ökonomische Konsequenz und Implikation des Zionismus diskutiert und das war ein großer Zweig der zionistischen Literatur wird das sehr intensiv diskutiert dass quasi der zionismus zu einer neuen Ökonomie übergehen muss eine Ökonomie die eben nicht auf der Basis bloß von Handel und Geld Zirkulation funktioniert die also nicht man könnte sagen kapitalistisch ist sondern die auf der Basis von Boden und Arbeit funktionieren soll das ist eine Position zu der ich sehr viel sagen könnte aber die ich würde behaupten die für Kafka dann auch wichtig wird für diesen Text das kulturell sprachliche Bild der Diaspora aus der zionistischen Sicht ist auch wiederum bei Kafka sehr gut erkennbar nämlich eine hybride Kultur eine Mischform wie zum Beispiel das in der jüdischen Sprache der Fall ist aber es geht hier nicht nur um die Sprache es geht auch um andere kulturelle Äußerungsformen wie Literatur oder Kunst also es heißt eine nicht nationale hybride Form von Kunst was eben auch das künstlerische mit einschließt dass nämlich künstlerisches schaffen in der Diaspora eben nicht originell ist weil es sich irgendwo anders entlädt weil es eine Mischform von Kunstwerken ist auch die Literatur die eben eine Mischkultur wird anstatt dass sie genuin jüdisch wird wie es der schließlich die körperlich psychische Seite mit der sich der Zionismus eben auch intensiv auseinander gesetzt hat und da könnte ich daran erinnern dass viele zionistische intellektuelle oder nicht wenige auch Ärzte waren es gab unter den zionisten Ökonomen es gab Künstler es gab aber eben auch einige Ärzte und zum Beispiel der schon erwähnte Leo Pinsker war Arzt Max Nordau war Arzt und die Ärzte unter den Zionisten haben vielleicht das noch deutlicher beschrieben was ist eigentlich der jüdische Körper der Diaspora es ist ein physisch kranker Körper ein verkümmeter ein deformierter Körper der gesund gemacht werden muss und nicht deshalb nicht zufällig eben deshalb kam ja Max Nordau auf die Idee eben des Muskeljudentums und der jüdischen Turnerschaft die jüdischen Turnerbewegung die im Zionismus eine ganz wichtige Rolle spielt also quasi die körperliche Gesundung des jüdischen Körpers die Renaissance des jüdischen Körpers wie eine Schrift im jüdischen Verlag 1903 hieß wird Programm aber aber nicht aber nicht nur physisch sondern eben auch psychisch die jüdische Psyche in der Diaspora ist identitätslos ist selbstvergessen und ist ebenfalls krank und auch die muss gestärkt die muss geheilt werden genauso wie der Körper geheilt werden muss und Sie sehen der Zionismus ist gewissermaßen eine Global Analyse des Judentums der Diaspora unter diesen negativen Vorzeichen und überall hat er gewissermaßen das Remedium gegen all diese unterschiedlichen Krankheitsebenen auf politisch ökonomischer kultureller physisch psychischer Ebene da heilt der Zionismus da hat er seine Programme und ich bin hier vielleicht nicht ganz komplett aber wenn wir den Text die Sorge des Hausvaters uns anschauen dann kann man das eigentlich all diese Punkte die ich jetzt hier angesprochen habe die sind in diesem kleinen dichten Text ich würde Felix Welch folgen unterirdisch verhandelt also nicht so dass man das direkt sieht sondern indirekt verschoben und ich lese das jetzt nicht nicht im Detail vor weil ich vielleicht annehme dass viele diesen Text schon kennen aber vielleicht einige Auszüge der Text hat etwas mehrkündiges er ist nämlich nicht wirklich ein literarischer Text wirkt eher wie ein Sachtext es ist fast so als scheint es eine Art Lexikon Artikel zu sein zumindest am Anfang in dem nämlich zuerst eine Worterklärung gegeben wird von diesem Ding oder Wesen Odradec und dann wird die Sache beschrieben und dann seine Funktion und so weiter also man könnte sagen es ist eigentlich fast aufgebaut wie eine Art Lexikon Artikel jeder Lexikon Lämmer beginnt eben mit der Sprachdefinition Begriffsdefinition und geht dann über zur Sachdefinition deshalb eben was ist Odradec die einen sagen das Wort Odradec stammt aus dem Slawischen und suchen aufgrund dessen die Bildung des Wortes nachzuweisen andere meine es stammen aus dem Deutschen zum Slawischen sei es nur beeinflusst und dann die Unsicherheit bei der Deutung aber lässt wohl mit Recht darauf schließen dass keine zutrifft zumal man auch mit keiner von ihnen einen Sinn des Wortes finden kann und ja natürlich könnte man jetzt an der Stelle sofort ja sich die Fragen stellen ja das Stichwort Sprache ist natürlich für den Zionismus ein ganz zentrales Element und zwar im Zentrum auch die kritische Auseinandersetzung mit den Sprachen der Diaspora von denen natürlich das Jiddische die Flagsprache ist das ist quasi man könnte sagen dasjenige was mit der Diaspora oder die Sprache die mit der Diaspora gerade so identifiziert wird als eben eine Sprache die Hybrid ist die weder Deutsch noch Slawisch ist und bei keiner wirklich zu Hause ist und man kann sie nirgendwo verorten also man könnte sagen eine ortlose Sprache man kann einen Schritt weitergehen und das auch an Quellen zeigen was ich vielleicht ganz kurz tun sollte ich springe jetzt Entschuldigung nur ein Beispiel will ich geben damit es klar wird wo Kafka sich durchaus mit solcher Vorstellung über das jüdische orientiert haben könnte das ist etwa Heinrich Margulis das Galut Problem im Zionismus und da sieht man eigentlich genau das Galut ist die Diaspora die Zerstreuung und das ist das eigentliche Problem oder man könnte fast sagen die Sorge des Zionismus das ist die Diaspora das ist die Zerstreuung das ist das Problem mit dem er sich quasi auseinandersetzt und auch das Problem zu dem er die Lösung sucht eben die Lösung der Jugendfrage und hier schreibt Margulis der Zionismus will aus einigen Millionen über die Welt verstreuter die seit Menschengedenken schon verstreut waren so dass sie sich der Möglichkeit eines Andersseins fast nicht mehr zu erinnern vermögen aus ihnen die hunderterlei Sprachen sprechen nicht nur ihre eigene hunderterlei Kulturen treiben nicht nur ihre eigene hunderterlei Boden düngen und Erden lieben nicht nur ihre eigene aus diesen im wahren Sinne Abfallprodukten eines Volkes will er wieder ein Volk mit eigenem Land mit eigener Sprache mit eigener Kultur schaffen also da kann man genau beobachten wo das Problem ist und was die Lösung ist und ich würde sagen das bezieht sich nicht nur auf die Sprachfrage sondern auch auf weitere Aspekte die in der Sorge des Hausvaters diskutiert werden vielleicht eben nur zur Übersicht kurz eben die Beschreibung des Körpers der Form und der Gestalt Odradex ist eigentlich ganz analog wie die Beschreibung der Sprache oder des Wortes Odradex eben dieses Wesen das ein heterogenes ist das zunächst stoffartig ist aber dann auch ein zusammengesetztes eben eine Zwirnspule die von der es heißt eben die bezogen ist mit Zwirn aber nicht nur abgerissene alte aneinander geknotete sondern auch ineinander verfitzte Zwirnstücke von verschiedenster Art und Farbe das ist das eine also quasi ein hybrides Stoffgebilde aus dem aber noch ein kleines und dann plötzlich wird es metallisch ein Stäbchen herauskommt aus dem im rechten Winkel noch ein Stäbchen kommt und dann kann diese sternförmige Zwirnspule oder sternartige Zwirnspule wie auf zwei Beinen stehen genau also von der Gestalt also da gäbe es viel zu zu belegen über diese Idee der Gestaltlosigkeit und der Hybridität des jüdischen Körpers in der Diaspora und ich schließe vielleicht noch mit einem Hinweis auf das Ökonomische das in diesem Text eben auch zur Sprache kommt da heißt es nämlich gegen Ende man wäre versucht zu glauben dass dieses Gebilde hätte früher irgendeine zweckmäßige Form gehabt und jetzt sei es nur noch zerbrochen dies scheint aber nicht der Fall zu sein wenigstens findet man keine Anzeichen dafür nirgends sind Ansätze oder Bruchstellen zu sehen die auf etwas der Ergends hinweisen würden das Ganze erscheint zwar sinnlos in seiner Art aber abgeschlossen und vor allem das entscheidende ist dass es heißt dass ja dieses sinnlose abgeschlossen dass keine Funktion aufweist dass die gewissermaßen alles überleben will oder wird und das kommt eigentlich genau zusammen mit der Vorstellung von Ökonomie jetzt gehe ich nur noch ganz kurz darauf und dann höre ich auf die Ökonomie der Diaspora die eigentlich insbesondere in der links zionistischen Bewegung eine ganz zentrale Rolle spielt nämlich in der Forderung eben zurück zu Arbeit und Boden zu gehen die Diaspora das ist im Grunde der Zustand einer Ökonomie die eben wie es schon angesprochen haben die gerade ohne Arbeit und ohne Boden auskommt also man könnte sagen ein Zustand der Zweckfreiheit oder Zwecklosigkeit ein Zustand ohne Arbeit und ohne Grund ohne Boden und deshalb ist im Grunde dieses Programm Insbesondere eben der Volkssozialistischen Partei man könnte sagen die Losung ist die Arbeit wir müssen wieder uns einen Sinn gehen über Arbeit vielleicht noch als letzte Bemerkung Kafkas unmittelbarste Freunde waren eigentlich alle mit dieser volksozialistischen Partei mehr oder weniger verknüpft Hugo Bergmann war es und auch Max Broth der über Sozialismus und Zionismus 1920 ein Essay publiziert hat und eigentlich überall ist das eigentlich die Quintessenz es geht zunächst um Arbeit um ein Gegenmittel gegen der Zustand man könnte sagen einer Existenz oder einer Ökonomie der Diaspora die auf bloße Warenzirkulation baut gut ja ich breche hier ab und lasse das jetzt einfach hier stehen wo man eben noch zusammenfassend sehen kann eben was geschehen soll und was sich jetzt in diesem Text eben widerspiegelt man könnte sagen gleichsam wie in einem Brennglas ich würde fast sagen die zentralen Forderungen des Zionismus werden hier verhandelt aber eben ex negativo danke für die Aufmerksamkeit